Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Im heutigen Video möchte ich gemeinsam mit euch eine Lidschattenpalette zum ersten Mal testen. Ich hoffe, dass ich einen hübschen Look damit hinbekomme. Ich werde ihn den ganzen Tag übertragen. Abends werde ich dann gemeinsam mit euch schauen, wie sich der Look so gemacht hat, wie er gehalten hat und was mit der Palette so ging in meinem Gesicht. Finde ich nämlich auch immer ganz interessant. Heute bewerten wir und testen wir gemeinsam zum ersten Mal von Makeup Revolution die Forever Flawless Allure Palette. Kleiner Funfact, Diggis. Guck mal, ich habe extra vor dem Video, ich dachte, ich versuche mich mal zu bilden, so bei Google Englisch Deutsch Allure eingegeben, um halt mal zu gucken, wie man es ausspricht. Aber ich denke so, hä, Digga, klingt so französisch sicher. Aber naja, Allure. Und zwar, die Palette habe ich mir bei Cosmetic For Less ausgesucht für einen Haul, der in einer Kooperation mit denen entstanden ist. Dieses Video ist aber keine Kooperation mit denen, selbst wenn ihr wisst, auch in Kooperation, bin ich immer ehrlich, habe auch schon Sachen schlecht oder so bewertet, nochmal. Aber in der Infobox packe ich euch trotzdem den Link zu der Palette hin. Falls ihr sie kauft, kauft sie gerne und bitte über den Link, das ist ein Affiliate-Link, da bekomme ich immer eine kleine Provision, wenn man über solche Links kauft. Und, Achtung, Achtung, in der Infobox packe ich euch einen Rabattcode für den Online-Shop von Cosmetic For Lesson. Das ist ein Kooperationspartner von mir. Mit denen arbeite ich schon länger. Und der Code ist immer mal wieder gültig und länger gültig, jetzt bis Ende 2020. Aber er wird meistens verlängert, weil damit spart ihr 20% auf alle Marken außer Essence, Nabla, Catrice, irgendwie so. Das heißt, falls ihr die Palette kauft, kriegt ihr auch nochmal 20% Rabatt auf die Palette, auf Schlauer Sparfuchs. Und ich zeige sie euch jetzt erst mal. Das ist die Palette. Sie kommt in diesem üblichen Design von diesen Forever Flawless Paletten. Da gab es auch schon andere, die ich getestet habe. Zum Beispiel die Chilled with Sativa Palette. Die war heftig, die heftige Grüntöne. Die hat mir sehr gut gefallen. Gefällt mir gut. Hier oben hast du die Prägung von der Schrift. Ich habe meine Follower-Level in einem Video vor kurzem gefragt. So, ey, wie heißt das hier, Digga, wenn das so erhoben ist? Prägung. Ich habe gelernt durch meine Follower-Advice. Vier Jahre YouTube, du. Ich will nicht fluchen. Hättest du nicht von selber lernen können? Auf jeden Fall gefällt mir die Verpackung. Sie ist stabil. Hat hier nochmal ein bisschen auf elegant die Prägung mit Revolution drauf. Und so sieht die Palette aus. Du hast einen großen Spiegel. So, wenn dir das wichtig ist, ist cool. Aber der Spiegel ist gut von der Größe. So, wenn er kleiner wäre, sowas feiere ich nicht. Wobei ich solche Spiegel auch eigentlich nie benutze. Dann hast du hier große viereckige Fändchen. Das hast du bei vielen dieser Forever Flawless Paletten. Finde ich auch gut. Das Relief dazwischen. Habe ich auch im letzten Video meine Follower gefragt. Wieder was dazu gelernt? Ich bin immer so verplant. Das Relief ist auch schön von der Erhebung her. Das heißt, dass die Farben nicht so schnell ineinander geraten, weißt du. Das habe ich euch ja oft schon gesagt. Du gehst in den Ton und den. Plötzlich hast du den da drinnen. Hammer nervig und so. Auf solche Faxen haben wir keine Lust. Dann hast du hier verschiedene Begriffe zu den Farben. Das finde ich ganz schön. So, ihr wisst, ich bin ein Wortmensch. Love, sick, seduction, crave, sweethearts. Also, es sind schöne Begriffe, so genau meine Richtung. Schöne, bärige Farben und Töne. Ich bin gespannt auf den Look, den wir damit schminken. Aber vorher erzähle ich euch noch ein bisschen zum Preis, dies, das und so. Und zeige euch Swatches. Ein bisschen Muskeln zeigen, weißt du? Ich bin seit einer Woche wieder im Fitnessstudio. Die Forever Flawless Allure Palette kostet, ich habe jetzt einfach den Cosmetic For Less Preis rausgesucht, 11,63 Euro. Sie beinhaltet insgesamt, könntet ihr euch selber errechnen, sieht man auch, aber nein, 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 ich mache das ein auf, ich, keine Ahnung, Digga. Sie hat auf jeden Fall 18 Töne. Also, wenn du 11,63 Euro durch diese 18 Töne teilst, bedeutet das für dich, dass du pro Ton 64 Cent bezahlst und das ist auf jeden Fall ein guter und akzeptabler Preis. Und die Palette hat insgesamt 10 matte Töne und 8 schimmrige Töne. Hier seht ihr einmal die Swatches der Farben, also alles eine sehr, sehr schöne farbliche Mischung. Wenn die Farben auch so auf dem Auge performen oder schon so in die Richtung oder du sie gut aufbauen kannst, dann ist das ja eine gute Basis zum Arbeiten. Ich beginne als erstes mit einem Song. Diggis, ich weiß, ich kann nicht so gut singen, aber weißt du was? Es geht gar nicht darum, dass du gut singen kannst, sondern daran, dass du Spaß hast. Und wenn das Singen dich froh macht, dann sing. Und zwar beginne ich mit einem Eyeshadow Primer, einer meiner liebsten. Cut Crease Canvas von Makeup Revolution Create. Ich schaue mal, ob ich ihn euch verlinken kann. Ich habe ihn mal beim Kosmetik Verlässt auch von denen zugeschickt bekommen bzw. mir ausgesucht. Aber findet ihn dort jetzt nicht mehr unbedingt. Also, ich gucke nochmal. Vielleicht findet ihr ihn, wenn ja, dann ja, wenn nicht, dann doof. Aber auf jeden Fall beginne ich mit der Base, weil so kann ich dann am besten arbeiten. So sieht der Eyeshadow Primer aus. Nun nehme ich den Ton Hedonism. Hedonism. Vielleicht hätte ich da auch mal gucken sollen, wie man den ausspricht. Einfach, um den Lidschatten hier zu chatten. Alles klar, Bro. Damit ich das Ganze hier so ein bisschen setten kann. Damit ich gleich besser darauf arbeiten kann. Finde ich immer gut, wenn so ein heller Ton in einer Lidschattenpalette ist, welcher zu den meisten eigentlich passt. Damit du damit gut setten kannst. Am besten erst sehr hell oder so in die beige Richtung. Also hier hast du viele Möglichkeiten zum Setten. Das gefällt mir. Als Transition Shade gehe ich jetzt erstmal in den Ton Sweethearts. Den tue ich hier oben hin. Den verteile ich über meinem Schlupflid. Kann man das einfach Fettfalte nennen? Fett-Speck-Speckfalte? Was ist das sonst, Bro? Wie willst du das freundlich ausdrücken? Mit einem breiteren Pinsel gehe ich hier außen entlang. Und mit einem feineren Pinsel gehe ich am Augeningenwinkel entlang. Früher habe ich oft den Fehler gemacht, einfach mit dem selben Pinsel überall zu arbeiten. Und dann habe ich bis hierhin, Digga, meinen Lidschatten gehabt. Alles klar. Wenn ihr alte Make-Up-Videos von mir guckt, ich habe sie auch noch fast alle online, dann seht ihr, es gab Gott sei Dank doch eine gewisse Entwicklung. Auch jetzt das Wort Transition Shade habe ich oft benutzt, aber hatte den Begriff jetzt nicht so auf dem Schirm. Hat mir eine Followerin letztens geschrieben. Also ich wachse gemeinsam mit euch, durch euch. Und das ist auch gut, dass wir gemeinsam eine Entwicklung haben. Schön jetzt erstmal ein bisschen Blending, Blending, Blending. Und das natürlich logischerweise, aber ich sage es trotzdem immer mal wieder in Videos, rechts und links. Nun gehe ich in meine Lidfalte. Dafür nehme ich den Ton Nymph. Das ist ein bäriger Ton, der ein wenig in die Richtung Lila geht. Solche Töne können sehr schnell fleckig aussehen. Deswegen arbeite ich hier mit einem sehr dünnen Pinsel und arbeite mich ganz langsam von hinten nach vorne. Die Arbeit mit dem Ton Sweethearts fand ich sehr angenehm. Also die Konsistenz der Töne auch beim Swatchen gefiel mir. Ich persönlich mag zum Beispiel gar keine Töne, die so feucht, glitzerig, mit Glitzerpigmenten drin sind, feiere ich nicht. Also so, wo du reingehst und die matschig werden und nee, ist nicht meins, weil dafür bin ich auch ein zu grober Typ mit so Paletten. Hier haben die alle auch die Schimmertöne und die Mattentöne, die haben eine schöne, gute Konsistenz. Hier bei dem Ton Nymph gehe ich bewusst öfter rein und versuche ihn langsam aufzubauen, weil ich nicht möchte, dass er sehr fleckig aussieht, weil solche Töne halt oft schwierig sind. Auch bei Liquid Lipsticks, egal welche Marke ich bisher getestet habe, ist jetzt auch nicht der Ton meines Lebens. In diese Richtung, auch gerade wenn es mehr in Richtung Lila und Dunkel geht, immer fleckig, immer kacke. Das ist super schade, auch für meine Lieblingsmarke Maybelline Superstay, die Liquid Lipsticks in diese Tonrichtung kannst du da leider komplett knicken. Nun überlege ich, ob ich eine Cut Crease mache oder nicht, aber ich gehe jetzt erstmal nochmal in den hellen Ton Hedonism, du weißt, ne, den ich zum Bacon genutzt habe und mache das hier sauber und schaue mal, ob das so schon reicht, hier so ein bisschen den Übergang klarer zu definieren und das alles so ein bisschen sauber zu machen, weil mit Concealer ist das dann schon ein recht harter Übergang. Und manchmal mache ich das dann gerne so mit einem hellen Lidschattenton oder einfach mit einem Pinsel den unteren Bereich sauber machen. Doch, das reicht hier doch schon aus, das ist doch gut. Nun gehe ich wieder in den Ton Nymph, so, und gehe hier außen entlang und zauber das hier nochmal so ein bisschen dunkel. Ich muss sagen, die Farbe ist angenehm. Sie ist nicht so leicht wie die anderen Töne, die ich bisher genutzt habe, aber sie ist im Vergleich dazu, was ich euch ja schon sagte, wie ich solche Töne kenne, recht angenehm zu nutzen. Die Arbeit damit ist auf jeden Fall okay, also da habe ich schon andere gehabt, die viel schlimmer waren. Die packe ich jetzt hier so drauf, damit da so ein bisschen dunkel außen ist, weißt du. Für die Mitte meines beweglichen Augenlids gehe ich in den Ton Sinner. Aber gerne könnt ihr mir erklären, hat das irgendeinen Effekt? Also ihr seht ja hier die Farben Fever, Sinner und Magnetic. Also ihr seht, diese Farben haben so ein bisschen diese Marmor-Optik, das sehe ich öfter bei Paletten. Hat das einen Sinn, so diese Töne, meine ich, in den gehe ich jetzt? Schreibt mir erstmal gerne in die Kommentare, weil wie ihr am Anfang des Videos schon bemerkt, bilde ich mich ja gerne weiter. Ich benutze den Ton jetzt erstmal ohne meinen Pinsel anzufeuchten, um zu gucken, wie er sich so macht. Und packe ihn so ein bisschen auf die Mitte, weil wir wollen ja auch ein bisschen Schimmer und so haben, damit das Ganze... Ja, nur matt ist jetzt auch nicht so mein Film, muss ich sagen. Ach, auch schöner Ton. Bevor ich jetzt hier weiter drinnen rumverblende, gehe ich in den Ton... An welchen gehe ich denn? Chemistry. Damit gehe ich in den Augeninnenbereich. Oh, Digis, ich bin gerade unentschlossen. Mir hat auch mal eine Followerin einen Tipp gegeben. Digis, wie arbeitet ihr bei Lidschatten-Tönen? Arbeitet ihr euch von hell zu dunkel? Also ich mache ja meistens Augeninnenwinkel hell und dann nach außen dunkel. Oder arbeitet ihr euch von außen nach innen, also von dunkel zu hell? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und jetzt gehe ich nochmal hier im Augeninnenwinkel schön entlang. Also mit den Farben lässt sich schon angenehm arbeiten. So, es ist ein sehr schlichter Look bisher, finde ich, ne? Also für mich ist das so, ja, aha, okay, hm, was soll man machen? Aber wir wollen es ja auch mal schlicht haben. Ich hatte meine Follower auf Instagram gefragt, welche Palette ich für sie testen soll. Ob diese Palette oder von Melt Cosmetics diese. Und meine Follower haben sich für Makeup Revolution entschieden. Deswegen die. Jetzt verblende ich alles nochmal so ein bisschen miteinander. Dann schaue ich mal, ob ich die Farben nicht intensivieren will. Weil ich merke schon, wenn ich da ein bisschen rumblende, dass sie an Stärke verlieren. Also es ist ja auch eher, würde ich auch hier sagen, eine Anfängerpalette. Die Farben sind schon gut da, das gefällt mir. Aber du musst sie schon aufbauen, weißt du? Also es ist jetzt nicht so, dass du reingehst und dann hast du direkt Bäm und so. Und wenn du verblendest, ist es immer noch Bäm, sondern du musst halt schon aufbauen. Ich bin gerne der Bäm-Typ. Bei den meisten Tüllen mag ich das, wenn die direkt so krass am Start sind und freue mich darüber. Hier ist es noch an der Grenze jetzt für meine persönlichen Vorlieben, weißt du? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Deswegen intensiviere ich die Farben hier nochmal. Zum Beispiel sprühe ich jetzt den Pinsel hier nochmal an. Gehe nochmal in den Ton Zinner und gehe einfach so ein bisschen hier an der Mitte und unten entlang. Nicht rechts und links, weil dann mache ich ja das kaputt, was ich da gerade verblendet habe, weißt du? Einfach damit die Farbe so ein bisschen krasser da ist. Und das mache ich auch gleich mit Chemistry hier im Augeninnenwinkel. Damit die Schimmertöne nochmal so Bäm sind. Nun bin ich fertig mit dem Augen-Make-up und werde erst noch weitermachen mit dem ganzen Gesicht. Das machen wir ein bisschen im Schnelldurchlauf und sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht mit den Augen. Ich muss sagen, dass ich den Look bisher echt ein bisschen öde finde. Also feiere ich ihn nicht so. Ich finde auch nicht, dass solche Looks mir stehen. In Bärenfarben und so, ja, aber in so Richtung Lila, was es hier ist durch den Ton in der Lidfalte. Ist nicht so meins, aber schauen wir mal, wie es am Ende aussieht. Vielleicht ist es doch am Ende ein sweet, romantischer irgendwas Look. Wer weiß. Ich möchte jetzt noch, wie es auf dem Lidfalte ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, das sieht man besser, wenn ich es so gerade mache. Hier seht ihr das, bam, bam. Ich wünschte, ich könnte mal den einen schönen Eyeliner so gerade und ordentlich ziehen wie die Striche in meinen Falten. Von der Farbe ist jetzt auch nicht mehr so viel übrig, ne? Also im Augeninnenwinkel ist nichts Goldenes mehr. In der Mitte siehst du noch vereinzelt, dass es halt irgendwie in die Pink-Richtung ging. Außen war ja so eine Mischung aus diesem matten Bären-Ton, Dunkel und dem Kajal. Die andere Make-Up Revolution Forever Flawless Palette hat besser performt. Und hier denke ich so, okay, wie viele Paletten, die ich kenne, die sehen nach sieben Stunden besser aus. So, also das feiere ich jetzt nicht so und ich bin ja rangegangen von der Arbeit, wie ich es immer mache. Jetzt habt ihr aber mal einen Eindruck, wie das Ganze so aussieht, wenn man es den ganzen Tag über getragen hat. Meine Meinung zu der Make-Up Revolution Forever Flawless Palette. Ich finde, im Preis-Leistungs-Verhältnis ist es auf jeden Fall chillig mit der Palette zu arbeiten. Die Farben, die ich genutzt habe, es hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich, vielleicht wisst ihr das auch, wenn ihr mir schon länger folgt, schminke immer beide Augen gleich mit einem Look, den ich den ganzen Tag übertrage. Statt zwei verschiedene, das feiere ich irgendwie nicht so. Wenn man zwei verschiedene Augen-Make-Up-Sachen schminkt, ist es natürlich cool, weil man kann mehr Farben testen. Aber ich finde es einfach so besser, so einen Test den ganzen Tag über weißt du, um halt zu gucken, wie das Ganze wirkt. Und mit einem ganzen Look, den man vielleicht nachschminken kann. Ich werde die Palette vorerst behalten. So, aber ich muss gucken, wenn das große Aussortieren meiner Schminksammlung kommt, ob ich sie wirklich dauerhaft behalte, weil ich habe viele Paletten in diese Richtung. Und da muss ich mal gucken, welche ich letztendlich behalte, weil ich brauche keine zwei, drei High-End-Paletten mit solchen Tönen und ein, zwei Drogerie-Paletten. Weißt du, das ja auch Schwachsinn ist. Im Großen und Ganzen kann ich die Palette auf jeden Fall empfehlen. Es hat mir gefallen. So auch die Arbeit damit. Das hier finde ich jetzt so ein bisschen low, muss ich sagen. Da müsst ihr gucken, wie eure Erwartungen sind, das weiß ich nicht. Aber Preis-Leistung passt, die Arbeit super. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen mit der Palette sind, falls ihr sie besitzt. Falls ihr die Palette aufgrund von diesem YouTube-Video kauft, schreibt mir gerne, wie ihr sie dann fandet. Denkt dran, die Palette ist in der Infobox verlinkt. Der 20%-Rabatt-Code für Kosmetikverlässt auch. Ja, so viel dazu. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss mit Küsschen und auf Wiedersehen.